Die Kinder sind fatal. Betteln, Kinderarbeit, Ausbeutung und Prostitution sind die tägliche Realität der Kinder. Besonders Mädchen sind von Überfällen und Vergewaltigungen bedroht. Die Kinder sind verabschieden und verabschieden, um ihre Kinder zu unterstützen, um ihre Kinder zu unterstützen, und um ihre Bedürfnisse zu geben. Es wurde durch eine Studie durch die Alamaya-Investe herausgefunden, dass die Kabale der Harare hier in Kabale 12, wo 1,295 Kinder sind verabschieden und verabschieden. Ja, die Facilitäten, die wir für dieses Programm brauchen brauchen, sind ein soziales Zentrum, ein Daycare-Center, wenn möglich, so dass die Kinder in den Tag beurteilen können. Schenken Sie den Kindern in den Slums von Harare eine Perspektive und werden Sie Pate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017